Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die gängigsten Z-Wave-Zwischenstecker für das Jahr 2021. Mal davon abgesehen, dass die meisten Zwischenstecker einen manuellen Knopf besitzen, benötigen alle Zwischenstecker zur Kommunikation natürlich eine Basisstation, die das Z-Wave-Protokoll spricht. Alle gängigen Gateways bieten mittlerweile die Fähigkeit der Sprachsteuerung. Alle Zwischenstecker sind am 230 Volt Strom angeschlossen und besitzen daher gemäß Z-Wave-Richtlinien eine Repeater-Funktion. Wenn ihr genauer wissen wollt, was Z-Wave ist und wie es funktioniert, dann empfehle ich euch das Video in der Videobeschreibung. Im heutigen Video soll es lediglich um die Vorstellung der smarten Zwischenstecker gehen. Der erste Zwischenstecker ist auch gleichzeitig mein Favorit. Ich habe an die 10 Stück bei mir im Haus im Einsatz und zwar ist das der Zwischenstecker von der Firma Fibaro mit dem Namen Wallblock. Er besticht durch ein modernes Design und seinen markanten LED-Ring, welcher auf Wunsch frei programmierbar ist. Er hat die Abmaße im Durchmesser von 34 und eine Länge inklusive Stecker von 64 Millimetern. Er ist also sehr kompakt. Allerdings nehmen sich da die Hersteller nicht mehr viel. Neben dem deutschen Stecker ist auch die Typ E-Variante für das Ausland verfügbar. Er bietet einen Schutz vor Überspannung, die man sich auch via des LED-Rings anzeigen lassen kann. Die maximale Aufnahmekapazität liegt hier bei 2500 Watt. Steuerbar ist er wie viele andere auch über einen manuellen Knopf, über die App oder ganz automatisch durch Szenen oder andere Geräte, zum Beispiel über Assoziationen. Dabei kommunizieren zwei Geräte direkt miteinander, also ohne Zentrale. Der Zwischenstecker unterstützt ab Firmware 3.2 AIS-Verschlüsselung und kann im Bereich von 0 bis 40 Grad verwendet werden. Ich habe seit einem Jahr zwei Geräte geschützt im Garten verbaut und hatte bisher noch keine Probleme. Für die Homekit-Jünger unter euch bietet Fibaro auch die Homekit-Variante. Wer die Reichweite seines Z-Wave-Netzwerks testen möchte, der kann den Plug als Testgerät dafür verwenden. Der nächste Zwischenstecker ist der Smart Switch 7 von AEOTEC. Er hat eine quadratische Form im Gegensatz zum Fibaro Wallblock und bietet ebenfalls die Strommessfunktion. Er besitzt eine maximale Aufnahmefähigkeit von 2300 Watt. Seine Maße sind 42 x 42 mm mit einer Länge von 70 mm. Auch er bietet bereits Z-Wave Plus. Zusätzlich bietet er Smart Start, also die vereinfachte Inklusion ins Netzwerk via QR-Code. Und S2-Sicherheitsstandard. S2-Framework ist der Nachfolger vom S0-Framework und gilt als nicht hackbar. Sein Stand-by Stromverbrauch liegt bei 0,6 Watt. Wieder einen anderen Aufbau, aber auch quadratisch besitzt der Smart Plug von Vidom. Er beinhaltet ebenfalls den Z-Wave Plus-Chip und kann maximal 2800 Watt aufnehmen. Vidom ist ein italienischer Hersteller von Z-Wave Produkten, kann aber leider keine Nudeln kochen. Dafür besitzt er einen Überlastschutz und kann ebenfalls den Stromverbrauch überwachen. Er besitzt eine LED-Anzeige für zum Beispiel Rückmeldungen bei Überspannungen. Seine Abmessungen sind 7x4x4 cm. Und er besitzt ebenfalls den neueren S2-Sicherheitsstandard. Auch der Vidom hat einen manuellen Taster. Sein Stromverbrauch liegt bei ca. 0,4 Watt. Assoziationen sind für den Zwischenstecker auch kein Fremdwort. Etwas größer daher kommt der Smart Plug 16a von Cubino daher. Sein besonderes Merkmal ist aber die maximale Aufnahmefähigkeit von 3680 Watt. Wer also zum Beispiel stromfressende Geräte wie Waschmaschine und oder Trockner steuern möchte, sollte sich mal den Cubino Zwischenstecker genauer anschauen. Energiemessfunktion und Repeater sind ebenfalls mit an Bord. Er besitzt Z-Wave Plus und seine Abmaße sind 43 x 52 x 75 mm. Also etwas größer wie die bisher vorgestellten. Dadurch kann es, wenn man den Zwischenstecker in eine Mehrfachsteckdose stecken möchte, dann schon zu Problemen kommen mit benachbarten Steckdosen-Eingängen. Er besitzt eine LED-Anzeige und ebenfalls das S2-Sicherheitsprotokoll. Ein weiterer Zwischenstecker ist der Micro Smart Plug von der Firma NotOn, ein französischer Hersteller für smarte Produkte. Das Besondere an diesem Zwischenstecker sind die austauschbaren Gummiringe, die es in verschiedenen Farben gibt. So kann man seine eingesetzten Zwischenstecker anhand der Farbe bereits optisch unterscheiden. Er besitzt eine Energiemessfunktion, kann aber lediglich maximal 1800 Watt Geräte verwenden. Sein Verbrauch liegt bei ca. 1 Watt. Einsetzbar ist der Smart Plug im Temperaturbereich von 0 bis 40 Grad und seine Abmessungen sind schlanke 41 x 73 mm. Wer seine Verbraucher Outdoor steuern möchte, der sollte sich den Smart Outdoor Plug von POP mal ansehen. Er hat eine Leistungsaufnahme von maximal 3500 Watt und ist IP44 zertifiziert und somit für den Außenbereich geeignet. Er besitzt einen lokalen Taster, der einfach oder doppelt betätigt werden kann. Zusätzlich verfügt er über eine LED-Anzeige mit frei konfigurierbaren Farbmöglichkeiten. Ebenfalls besitzt er einen Verbrauchsmesser. Auf der Internetseite von POP steht, dass er verschlüsselte Kommunikation unterstützt. Welche konnte ich so nicht herauslesen. Dafür ist er OTA fähig, kann also seine Updates über Funk beziehen. Seine Abmessungen sind natürlich etwas größer und liegen bei 106 x 59 x 92 mm. Ein älteres Modell ist der Zwischenstecker von Everspring. Er kann lediglich Geräte mit 1500 Watt aufnehmen, besitzt aber schon Z-Wave Plus Eigenschaften. Seine Abmessungen sind 52 x 53 x 76 mm. Der Vollständigkeit halber möchte ich euch als nächstes den Zwischenstecker von DKB Home vorstellen. Den gibt es in drei Varianten. Einmal normal, dann mit Energiemessfunktion und einmal mit Dimmereigenschaften. Er besitzt eine LED-Anzeige, welche umprogrammiert werden kann. Maximale Aufnahme bei der Dimmervariante sind 300 Watt, bei der normalen Version sind es dann immerhin 3500 Watt. Und wenn ihr die Variante mit Energiemessfunktion haben wollt, dann kann man hier Geräte mit 3000 Watt anschließen. Auch der DKB kommt mit Z-Wave Plus daher. Seine Abmessungen sind 60 x 102 x 75 mm. Weniger bekannt ist die Firma Neocool Cam mit ihrem Zwischenstecker mit dieser tollen Bezeichnung. Er kann unrunde 2760 Watt aufnehmen und besitzt einen manuellen Druckknopf. Eingesetzt werden kann er im Bereich von 0 bis 40 Grad und seine Abmessungen sind 43 x 43 x 45 mm. Besonders herausstechen tut hier die farbliche Komponente am Steckdoseneingang. Ganz schön im Design, allerdings etwas groß, finde ich die Schalt- und Messsteckdose von DEVOLO. Hier können maximal 3000 Watt aufgenommen werden. Er besitzt einen manuellen Taster mit integrierter LED-Anzeige. Hier haben wir mal ein in Deutschland entwickeltes Gerät. Abmaße sind knappe 58 x 95 x 78 mm ohne Stecker. Das waren soweit alle verfügbaren Z-Wave Zwischenstecker für das Jahr 2021. Ich möchte euch jetzt aber nochmal eine andere Variante vorstellen und zwar den Volley Outlet von FIBARO. Hierbei handelt es sich um keinen klassischen Zwischenstecker, sondern um eine smarte Steckdose, die dann einfach mit der normalen Steckdose ausgetauscht wird und dann die gleiche Funktionalität besitzt, ohne dass sich hier ein Zwischenstecker verwenden muss. Er kann ganze 16 Ampere, also 3680 Watt aufnehmen, besitzt einen LED-Ring, welcher frei programmierbar ist und wenn das Design der FIBARO Steckdose hier nicht gefällt, der kann auch die Abdeckkappen seiner Gira, Lecron oder Schneider-Serie verwenden. Auch er besitzt die S2-Sicherheitstechnologie und seine Abmessung von den Außenmaßen sind 86 x 86 mm. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video einen guten Überblick über die verfügbaren Z-Wave Zwischenstecker geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Habt ihr bereits smarte Zwischenstecker bei euch im Einsatz? Wenn ja, würde mich interessieren, welche und vor allem welche Geräte ihr damit steuert. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Macht's gut!